Musik Hey Leute, ich habe was ganz tolles für euch. Ein Bild, bei dem ihr Farb und Struktur selbst wählen könnt. Nun, es besteht aus einem Quadratmeter Bildhintergrund und einem Körper, den ihr abnehmen und bekleiden könnt. Wenn ihr nun eine Wand habt, zum Beispiel, wo drei solche Bilder Platz haben, könnt ihr jederzeit jeden Körper auf einen anderen Hintergrund wechseln. Die Proportionen, wie gesagt, bestimmt ihr. Was meint ihr dazu? Ist das nicht klasse? Also, schaut doch mal vorbei bei mariam11.jimdo.com Ich freue mich auf euch. Bye. Tschüss. Musik